Alles klar Freunde, nachdem wir uns FFM-Bose geholt haben, geht es nun weiter in unserem Abenteuer auf dem Stern der irrenden Lichter, wenn ich das so nennen darf. Genau, hier waren wir stehen geblieben. Ich habe auch nicht geguckt, welche Charaktiere man freischaut. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist hier oben? Schiek! Okay. Okay. Und juss? Bewohner! Lass uns mal nach links gehen, okay? Lass uns einfach den Bewohner befreien, hier an der Stelle. Beziehungsweise können wir eh beide befreien, wenn mich alles täuscht, genau. Und ja, let's go, würde ich sagen. Mit FFM-Bose am Start, Freunde. FFM-Bose habe ich oft gespielt auf The Wii U, so ist es nicht. Deswegen sollte ich mit ihm noch ein bisschen was drauf haben, schätze ich, denke ich, hoffe ich. Au! Kamikaze-Attack. Diesen Move, ich liebe den. Mit dem mache ich so gerne Kamikaze-Angriffe, gehe dann runter mit dem Gegner. Das ist richtig geil. Aber leider, damals hat man dann selbst gewonnen, aber leider wurde das dann gefixt, heißt man verliert dann. Aber komischweise hatte ich letztens hier auch auf der Switch ein Unentschieden dadurch. Wenn ich mit der Seite bin, mit Bose jemanden packt und runter rausfliege einfach. Naja, Bewohner haben wir am Gepäck, auf Bewohner gebe ich einen. Ähm, das Ziel, mach einfach mal weiter mit Wendy. Let's go. Alright, Freunde. Ein pures Duell, oder? Ja, ich bin bereit. Leute, jetzt auch einen Rob am Start. Da, dieser Move hier, der ist richtig geil. Nice, nice. Na, 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 na. Da, 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 da. Uuuuh. Uuuuh. Oh! Wenn ihr nicht Captain Fallcares, dann stimmt was nicht mit dem Game. Oder? Was sagt ihr? Ah, man kann auch von hier aus runter. Okay. Ah, wir gehen erst mal hier rein. Let's go. Ah, geil, geil, jetzt nicht draufgeschaut. By the way. Ah, ich muss euch zeigen nachher. Ich hab, wir haben ja, äh, Grodon als Geist freigeschaltet. Ich hab den auf Level 99 gebracht, dann habt ihr sich weiterhin wieder zu Protogrodon. Richtig geil, richtig geil. Der hat auf jeden Fall was drauf. Lol, Pink Bowser. Lol. Raus mit euch. Keiner weiß, das ist der real FFM-Boser, wenn es mal richtig dreckig zugeht. Auf den Straßen von FFM. Keiner weiß. Anyway, okay. Ah, genau. Lass mir grad meinen Geister Rino zeigen. Von Bow, äh, Bow, sag ich. Grodon. Äh, Geister, bitte. Einfach mal einen zeigen, bitte. Bide. Ah, da unten kann ich hier nicht zeigen, oder was? Hallo, ich will einfach nur meine Geister zeigen. Hallo, hallo, lo, 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 lo. Hier, bam. Gebt euch mit zwei Slots Level 99 über 10k. Krank. Der ist geil. Proto-Grodon, richtig geil, richtig geil. Ole. Ich hab quasi Grodon auf der 99 gebracht, mit Snacks. Oh, manche entwickeln sich dann. Manche Geister sind auf der 99 sind. Da steht aber auch dran. Oh, Bayonetta. Die Musik ist geil. Oh mein Gott, die Musik ist geil. Boah, wer war das? Mich erinnert das irgendwie an Sinoblade, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht von Sinoblade. Was ist mit der, Alter? Schläge, oder was? Hast du nur einen Move, oder was? Du dummer Move. Was ist das? Ja, komm! Mann, du bist, Mann! Das kann so nicht sein. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das? Die Smash, nur einen Move. Komm her, das ist wie wenn Leute die C-Button smashen. Das sind die größten Nutzen, die C-Button smashen. Das gibt's doch nicht. Was? Da war die Musik so geil. Jetzt bin ich so geraged. Guck mal. Junge. Oder Mädchen in dem Fall. C-Line. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Genau. Das ist gerade nicht dein... C-Line, Mann. Ey, das ist gerade nicht dein Ernst, aber wer hat das gemacht? Das ist gerade nicht dein Ernst, das ist gerade nicht dein Scheiß Ernst. Was ist das für ein Scheiß Ernst, das kann's nicht sein. Was? Die smasht nur die ganze Zeit ihren Scheiß, was ist das? Los! 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 Stolper daran, wie dumme. Das kann's nicht sein! Dreck! Da will mich gerade jemand verarschen. Ohne Spaß. das kann es nicht sein das kann es nicht sein wer hat es gemacht wer hat sie so wer hat die so programmiert das kann es nicht sein das kann es nicht sein ich habe angefasst sogar prio gegenüber meine schläge guck mal guck mal guck mal die ihre schläge am prio sammert ist was jetzt machen kann ich auch das kann doch jeder loops ammann ganz ehrlich raus mit dir das ist für eine kacke gerade ohne schwarz da war die kacke am dampfen so wie man sagt genau das wo mit der vegeta pose das ist 10 daumen ww ich kann nicht rein jetzt wird es nicht rein kann war schön folgen hat spaß gemacht hat spaß was ist hier los alles vergiftet mario mario man ultra smash ringer Nein, jetzt wieder die scheiß Meister hat, oder? Ist es die Brücke von Eldin oder was? Licht ist aus dem Riss dringend versperrt wie den Weg. Ah, achso. Einfach mal irgendwas so gemacht, dass ich durch kann. Wow! Wer ist hier? Oh, was für ein geiler Beat. Was? Oh mein Gott! Was? Perfekt! Bist du besessen auf deine Knabe, oder was? Wie hast du's? Das ist ein richtig geiler Beat. Olé! So, jetzt befreien wir hier einfach so total random. Ey, das ist doch auch ein Schalter. Ah, der kann jetzt den Steuern! Sehr gut! Wir müssen quasi nur die Geister haben. Genau, das habt ihr mich auch in den Kommentaren wissen lassen. Vielen Dank dafür! Und ich kann jetzt mit dem Geister, ich habe einfach in meinem Beutel, in meiner Dorsch... ... 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 Oh mein Gott, Lucario, Lucario, der ist brutal, der ist richtig geil, Lucario, Kraftwelle, oh mein Gott, geil, geil, äh, äh, haben wir echt Lucario-Fall gestaltet? I guess, yes, man. Oh mein Gott, wie geil, oh mein Gott, die Lila ist richtig, oh, Swag, Swag, Lucario, so sieht der geil aus, finde ich, mmh, es sieht auch cool aus, Oh mein Gott, Lucario ist richtig geil, geil, jetzt haben wir die Sache, ah, warte mal, wir können jetzt wieder da runter, ne, ah, jetzt ist auch noch jemand, können wir hier durch, genau das, aber wir können jetzt da mitfahren, Ohrle, let's go, endlich zum, endlich können wir sowas mal machen, wow, Mick Flame, hehehe, Mick Flame, was? Ah, Nick, Nick Flame, okay, ohle, ah, das ist doch aus dem, äh, 3DS-Spiel mit den Autos da, ich glaube schon, ich glaube schon, ich bin bereit, oh, auf dieser Stage, ihr kennt was? Was? Was gegen euch drei? Oh je, wahnsinnig Tempo. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott. Das ist aber nicht gerade die beste Stage für Lucario, ne, he, 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 genau das. Oh, da wollten wir Lucario zeigen, was du drauf hast, in GG, Niederlage, fortsetzen, ja, natürlich fortsetzen, beruf den A-Button, lass mich weiterspielen, ja, ich bin bereit, ja, ich bin bereit, ja, ich bin bereit. Oh, was? Was? Das ist anders jetzt aber bei Link, äh, Link, Sonic. Apropos Sonic, heute kam quasi die Meldung, dass ein Live-Action-Film gehen wird von Sonic, einfach von dem Machen von Too Fast To Furious. Ich habe gehe heute, als ich das gesehen habe, hehehe. Und, wie, das ist das, was du Angst hast, das ist das, was du sagst, das ist das, was du sagst,FT стоит sein oder so? Oh, der will, wo du sagst, das heißt, das ist das, Loll ist Commentator-Stant, das ist das Ziel zu antworten, das ist das für das Wintern 보시焦. Auch wenn das, das ist das, was ich zeigen, der ist das, was ich rentete, das ist dasluge deswegen, dasHam änertor haben, ich habe so etwas nicht gemacht, sondern doch medication. Oh, der, wohin hat, ja, ob ihr das crypt�izist2017. Nicht, au praxis Юt ist das Informatisch? einfach flamen mit hetze in lol Keiner weiß Oh, maau, maau Oh, maau, lass mich durch Olé Foxorino Ich bin bereit Oh, maau Oh, lau Karche attackiert Oh, maau Hm Okay, okay, wir nehmen's an, wir nehmen's an Shadow Moses Island, Oléno So, jetzt will ich, ja, da muss eigentlich Falcon sein Meidigazelle Was? Oh, Jack Levin Ho, 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 ho Sadden Ultra Smash Alter Ken, komm her Ich bin bereit Ich bin bereit Irgendwas mal sagen, kennt ihr das? Wer hat's Ich bin bereit Hachimaki Senpoka Achso, nein, der hat's Nein Oh mein Gott Was hat's Was hat's jetzt gebracht, du Loser? Ah, komm, noch eine Yoga-Stunde, oder was? Boom Oh 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 mein Gott Oh 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 wie geht aber haben wir geht davon warum ich die ganze kann gemacht ist krank ist war kappten falcon punch falcon ist glaube ich beliebt bei vielen aber ich komme mit ihm niemals anfangen möchte sein ja ich bin bereit was falcon gibt von den punch oder deutsch ist und reinstehen lukario ULTRANSTUPTO Ohhhh Ohhhh Bist zu weit ARDF Schnell Kraftwelle ab Huuuui Was jetzt, ne? Erkennet ihm auch der Ober Hohoho Captain Falcon haben jetzt auch Nice Olé wie nett der aussieht Aber Captain Falcon Braucht niemand raus mit dir Raus mit dir Ok Oh Ähm Müssen wir nicht für den Job War schön Ok Ähm Ja da können wir nicht werden Machen wir nicht von ihr weiter Geen right Wo kommen wir eigentlich hin? Da oben Hm Ah Darunter gehts nicht Oder aus Ne Hey Ich will sagen Ja Da rein Da rein Da rein ist cool Ah nein Es gibt so viele Kämpferfreundin Den Smash ist so geil Da ist für jeden Mann eigentlich was dabei Wirklich Jetzt gibt es viel Vielfalt Was? 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 Was ist das? Das war Was? 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 ich kann es kaum erwarten bis ich ein bisschen Fuegro bekomme Fuegro brauche ich auf jeden Fall aber das Armkämpfer oh nö wie nett der aussieht 15 ich bin bereit da ist der eine kann da nicht mehr hoch oder Mew tool auf Mew tool habe ich auch nichts ich wollte mal angreifen Nein nein Niederlage fortsetzen wähle deinen Kämpfer Pause 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 Raus mit euch, rauuuus mit euch, oh my god, mhm, 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 so nicht, vor allem nicht heute, lass uns doch einen Schatz erholen und dann macht man für diese Partie Erschlussurino, Diveman, den Diveman, aha, Lucario und Captain Falcon haben wir heute uns ergreifen können, das war geil, ist auf jeden Fall richtig geil, hat mich gefreut, vor allem Lucario, ich bin Lucario, ich bin Lucario, ich bin gespannt, hör was mit dem, ach so, ja, was ist denn das hier, Könnt ihr auch ne, könnt ihr auch ne Buttons smashen, was, Jungs, ich sag's euch, kommt ihr nur runter, so, smash man button, fertig, was habt ihr davon, nichts, Anyway, Freunde, ich bedanke mich fürs Zusehen in diesem Part, ich hoffe, das hat euch gefallen, ja, wenn es meist geht, müssen wir jetzt auf FFM Bowser zurückgreifen, das haben wir in dem Fall getan, Ach so, wir haben unsere Schatz, und was ist drin? Ah, Stones, genau, der ist, 10 Stones, also Freunde, lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal, peace.